Jo Leute, damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das Ganze ist jetzt nur so ein kleines Informationsvideo, beziehungsweise ich möchte heute euch mal so ein bisschen was erzählen. Heute wird wahrscheinlich Mittwoch der, ich muss mal grad nochmal auf dem Kalender gucken, der 28. sein. Das heißt jetzt gerade, wenn ihr das seht, bin ich wahrscheinlich gerade irgendwie am Pool. Ja, ich wollte nur eben kurz einkündigen. Ich bin jetzt im Urlaub für, ich glaub, knapp zwei Wochen und in der Zeit kann es sein, dass die Videos vielleicht ab und zu ein bisschen später kommen oder keine Ahnung, irgendwie. Es kann auch sein, dass die mal irgendwie auf einmal, dass einen Tag mal kein Video kommt oder sowas. Das liegt einfach daran, dass ich das dann vielleicht an dem Tag nicht geschafft habe, vorzuproduzieren. Das sind nämlich insgesamt, ich glaub, 14 oder 15 Videos, weil ich noch eins im Voraus produzieren möchte, weil ich nicht so genau weiß, wie fit ich dann am nächsten Tag nach dem Urlaub bin. Aber Leute, ich hab auch noch eine andere Sache anzusprechen. Und zwar, ähm, hab ich so etwas schon früher mal überlegt, als ich wirklich ganz lange zurück, wenn sich da noch Leute dran erinnern, Ich hab mal 2015, mein ich, Ende des Jahres, hab ich sehr aktiv auf Twitch immer Minecraft gestreamt und hab dann damals schon überlegt, ey, hier, wie wär's mal, wenn du deine Reichweite damals, zwar es nicht wirklich, ich hatte da so 30 Zuschauer pro Stream, wenn du doch einfach mal, ähm, das Ganze nutzt, um etwas Gutes zu tun. Und dann hab ich jetzt vor, ich weiß nicht wann Trimix das gemacht hat, das ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen länger her, hat er schon zwei Charity-Streams gemacht, also auf jeden Fall, Props gehen da fett nochmal an dich raus, wenn du das gerade zufällig hier siehst. Feier ich mega, dass du das gemacht hast. Und ich hab jetzt, ähm, so ein bisschen überlegt, ey, hier, ich werd's auch nochmal machen. Und zwar möchte ich gerne, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, wahrscheinlich einen 24-Stunden-Stream machen, äh, je nachdem, vielleicht hol ich da nochmal einen Leon mit dazu oder einen 12-Stunden-Stream, den mach ich dann alleine, muss ich mal gucken, je nachdem, wie viel Bock ich darauf habe, beziehungsweise wie lange ich das alleine durchhalten kann. Weil ich glaub, so ein 24-Stunden-Stream alleine ist ein bisschen, na, ein bisschen, äh, unglücklich. Ja, ich hab einfach vor, äh, dann einen Charity-Stream zu machen, ähm, hab da jetzt mir so Trimix als Beispiel genommen und, ähm, möchte dann gerne die Sachen hier in Bremen. Ich werd mir da nochmal was raus und das Ganze hab ich noch nicht gemacht. Das werd ich dann nochmal gucken. Vielleicht wohnt ihr ja auch irgendwie in der Nähe von Bremen und hab schon mal Bock, da was rauszusuchen. Dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ihr habt noch einen anderen Vorschlag. Aber ich hab wahrscheinlich vor, das Ganze an ein Kinderhospiz zu spenden. Hm, ein Kinderhospiz. Ja, ein Hospiz, das, ich hoffe, ich erklär's jetzt nicht falsch, das ist, ähm, ja, das ist ein, eine Unterbringung oder eher gesagt so eine Art Krankenhaus, aber es ist halt so Krankenhaus und Wohnen in einem. Ein Hospiz, das ist der, äh, das ist der letzte Aufenthaltsort, wo Menschen hinkommen, die sehr schwer krank sind. Und Kinderhospiz sagt's ja auch schon, da sind Kinder, also, welche in eurem Alter, vielleicht, ähm, auch noch jünger oder etwa in meinem Alter. Und ich hab einfach vor, für die etwas Geld zu sammeln und das Ganze dann persönlich da hinzubringen und, äh, hoffentlich da ein paar Kindern eine Freude zu machen. Und das ist so mein Plan. Ich hab mir jetzt einfach mal so als Ziel genommen, diese Ferien nochmal durchzuziehen. Und ich hoffe mal, ihr könnt mir da ein bisschen behelfen. Ich werd dann, je nachdem, wie viel zusammenkommt, da auch nochmal einen Batzen draufhauen, dass ich sage, ey, hier, wir machen das als Community und ich trag da auch nochmal einen fetten Batzen mit dazu bei. Das ist jetzt einfach so noch ein kleines Infovideos an euch. Ähm, ihr könnt euch da schon mal drauf vorbereiten, ja, äh, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr erst gerne schon mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da einige von euch sehe. Ich werd das dann, wie gesagt, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, alles nochmal ein bisschen genauer planen, äh, dass ich dann sage, ey, hier am dem und dem Tag, da streame ich dann 24 Stunden oder da ist dann der Livestream, der Charity Livestream, wo ihr mit dabei sein könnt. Ich denk mal, ich werd das Ganze dann auch hier auf YouTube machen. Also, äh, ich glaub, das wird auf jeden Fall eine echt coole Sache und ich hoffe mal, ich kann da dann auch mit meiner Größe etwas erreichen. Und, ja, Leute, das war's zu dem kleinen Informationsvideos jetzt nicht so was Besonderes gewesen. Ich bin jetzt auch gerade immer noch am Vorproduzieren, hab immer noch nicht alles geschafft. Ist jetzt grad, äh, Sonntag, der 25. Also, äh, am Mittwoch fliege ich direkt morgens. Ich glaub, um 5 Uhr oder 6 Uhr geht unser Flug, also schon echt früh morgens. Und, ja, Leute, ich hoffe einfach mal, euch hat dieses deine Infovideo gefallen. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu am Start seid, natürlich auch ein Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Bleibt immer positiv, Leute. Geht, äh, positiv durchs Leben. Lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal und ciao.